Ich durfte im Harz einen MTLB fahren. Dieses Erlebnis wurde mir von meiner engsten Freundin geschenkt. Der MTLB ist ein gepanzerter, amphibischer Truppentransporter, der in der Sowjetunion auf Basis des ungepanzerten MTL entwickelt wurde. Mit seinem V8 Dieselmotor mit 240 PS schafft er auf der Straße ganze 61 kmh und im Wasser sogar bis zu 6. Das ganze Erlebnis hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte einen coolen Einweiser, der mir das Gerät sehr gut erklärt hat und ich war am Anfang auch so ein bisschen überfordert. Es ist so, das Ding ist natürlich extrem rustikal gehalten. Innen drin war er praktisch genauso schmutzig wie außen und ein paar Zentimeter Schlamm und Matsch standen auch im Innenraum. Überrascht war ich, dass so ein Gerät eine normale Kupplung hat, eine Bremse und ein Gaspedal und man braucht für den auch keinen Schlüssel. Es gibt einen Startknopf. Gelenkt wird der MTLB nicht mit einem Lenkrad, sondern mit einer Untersetzung der linken und der rechten Kette. Das bedeutet, man hat im Prinzip da, wo bei einem Auto das Lenkrad wäre, zwei Griffe, einen linken und einen recht. Wenn man den linken Griff nach hinten zieht, wird die linke Kette untersetzt, ist also langsamer, die rechte Kette schiebt das Fahrzeug weiter nach vorne und man dreht sich nach links und genauso andersrum. Das hat eine kurze Eingewöhnungsphase gebraucht, aber sobald ich das einmal raus hatte, war das Lenken, das Steuern kein Problem mehr. Und richtig beeindruckend fand ich die amphibischen Fähigkeiten. Hier sehen wir, wie ich durch eine doch recht tiefe Schlampfütze fahre. Da hatte ich im ersten Moment echt ein bisschen Schiss, dass das Wasser vielleicht sogar überschwappt oder so. Aber ja, das hat alles super geklappt und wir sind dadurch einen halben Meter dicken Matsch gefahren. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Maschinen Vielen Dank.